Tafis Minty Carling Zum ersten Mal Mama, Tafis Minty Carling im Mutterglück Ihre schöne Überraschung ist da, Schauspielerin Minty Carling, 38, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Seit wenigen Tagen kann die ehemalige Tafis-Darstellerin ihren kleinen Sonnenschein in den Armen halten und es ist auch bereits bekannt, wie ihr süßer Spross heißen soll. In den vergangenen Monaten hielt sich die 38-Jährige mit Details über ihrer Schwangerschaft zurück – so ist zum Beispiel nicht bekannt, wer der Vater ihres Kindes ist. Andere süße Fakten sind dafür aber durchgesickert, die Amerikanerin mit indischen Wurzeln hat ein Mädchen zur Welt gebracht, die laut E. Neds auf den Namen Katharine hört. In einem früheren Interview sprach darüber, was für eine Mutter sie sein wolle, ich wäre gerne eine lustige Mutter. Ich weiß, dass ich eine bescheuerte Mom sein werde. Wenn ich darüber hinaus also auch noch lustig sein könnte, wäre das schön. Wie findet ihr den Namen von Sonnenschein? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab. Ich war natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.